Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses Ostereier-Nagel-Design für euch. Alles was ihr dazu braucht, sind fünf bunte Farben für eure Fingernägel. Ich habe dafür jetzt Orange, Blau, Gelb, Lila und Mint genommen. Dann braucht ihr noch Weiß, einen schmalen Pinsel oder Striper und ein Dotting-Tool. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir jeden Fingernagel in einer anderen Farbe lackiert, als Base sozusagen für die Ostereier. Jetzt nehme ich Weiß und den Striper und male auf jeden Finger das Ostereier-Muster. Dazu ziehe ich zwei Linien quer und setze zwischen diese Linien ein Zick-Zack-Muster und tupfe auch mit dem Striper einen kleinen Punkt in diese Zick-Zack-Lücken rein. Anschließend nehme ich noch ein kleines Dotting-Tool und wieder Weiß und setze noch unterhalb und oberhalb des Zick-Zack-Musters eine Punkte-Reihe. So sieht das bunte, fröhliche Ostereier-Nagel-Design dann aus. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gern ein Däumchen nach oben. Schaut auch noch in meine anderen Osternagel-Designs rein, die ich euch alle hier verlinkt habe. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen der Designs und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!